Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf DrWindowsTV. Und zwar zeige ich euch hier ganz kurz, wie ihr eure System-Sounds komplett ausschalten könnt. Ihr kennt das, man bekommt einen Sound, wenn man eine neue E-Mail bekommt, wenn Windows eine System-Meldung hat, wenn man ein neues USB-Gerät anschließt, immer dann bekommt man einen Sound. Da gibt es ja noch viele weitere Meldungen. Wenn man das nicht möchte, wenn man einfach komplette Ruhe haben will, dann kann man das Ganze komplett ausschalten. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr hier unten einfach in die Suchleiste, gibt dort System-Steuerung, also wenn ihr schon Sys schreibt, wird diese angezeigt, System-Steuerung, diese öffnet ihr. Dann geht ihr hier auf Hardware und Sound. Dann einmal auf hier und dem Unterpunkt von Sound und zwar System-Sounds ändern. Dann öffnet sich hier dieses Bild. Ich mache das hier mal kurz zu, dann sieht man es noch besser. Hier öffnet sich jetzt die Einstellung für den Sound. Und zwar habt ihr dann hier, das sind halt hier unten diese Programmereignisse. Da könnt ihr ja auch noch einzeln alles einstellen. Aber wenn ihr komplette Ruhe haben wollt, geht ihr hier einfach auf Sound-Schema. Und zwar ist hier Windows Standard eingestellt. Da geht ihr auf keine Sounds. Und ihr seht schon, hier unten ist alles weg. Geht auf Übernehmen. Okay. Und schon habt ihr Ruhe und kein System-Sound stört euch mehr beim Arbeiten. Wenn euch ein kleiner, aber kurzer Tipp gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Hilfe braucht, dann geht auf drwindows.de. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.